Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Wir sind mit Dwight unterwegs und haben eine Jogginghose an, aber wir sind nackt. Okay? Wir spielen die Naked Challenge. Okay. Das Gute ist, wir haben jemanden dabei. Wir haben dort hinten einen Leuchtenstotum. Und wir haben jemanden dabei, der Toten segnen kann. Gucken, ob das Kreis der Heilung ist. Ja. Das heißt, wir könnten Heilung finden, wenn wir sie suchen. Oder brauchen. Ist ja einfach alles geblockt. Ist... ...überhaupt ein Gen frei? Oder da war ein Großen. Ich habe Angst. Okay, sehr gut. Immerhin ist hinten das Toten weg. Nun denn. Ist das das Outfit vom... Ja, Nea ist... Echt jetzt? Der Gen war fast fertig. Nee, ja. Cool. Ich gehe mich so mal heilen. Es würde zwar noch schneller gehen, wenn mich jemand anderes jetzt heilt. Äh, wie ist jemand? Doch, da drüben. Ich gehe mal heilen. Scheck. Hey, der zurück deine Wahl? Oder warum hat sie jetzt geschrien? Oh. Willst du mich anpassen? Dann geht das fixer. Hinten hat das Totem jetzt weggemacht. Aber die meisten haben nur Kreis der Heilung dabei. Mit diesem Schattenschritt, dass der Killer die Aura nicht sehen kann, das haben die wenigsten dabei. So, jetzt haben wir dort hinten noch die Janice. Der geht halt auch nicht weg dort hinten. Aus gutem Grund. Aus gutem Grund. Nichts Cheetos. Bist du das? Er trifft eine Wahl und aufgezerrte Hoffnung. Naholla, die Waldfee. Eigentlich ist es sinnlos, dass wir uns heilen, aber dann ist sie wenigstens leise. Das ist es nicht. So, jetzt kann er Morin. Oh, das... Achso, nee, okay, das war jetzt auf gezerrte Hoffnung. Ja, ich dachte, ich habe immer noch trifft eine Wahl und wollte gerade sagen, allerletzte Sekunde, weil der Totenkopf... Ja, naja, egal. Er will eigentlich gern, dass sie abgehakt wird, damit ich gemorriert werden kann. Mehr du es nicht. Ja, so. Cool, jetzt kann ich gemorriert werden. Oder sie. Ja, warum trägt er sie? War er zu nah dran? Als gerettet wurde? Ich dachte, hier ist das Totem. Naja, falsch gedacht. Sie macht ein Totem, oder? Und man kann da nicht mehr Morin? Warum lässt der mich denn immer liegen? Wer weiß da einfach nicht mehr, wo er mich umgehauen hat. Jetzt müsste er mich aber gesehen haben. Ja, es ist vorbei jetzt. Ich glaube, der hier ist dann zufällig die Luke. Aber das wäre ein großer Zufall. Zumal es ja auch im Moment dauert, bis die Luke da ist. Wie cool ist denn? Johnny? Oh. Ich glaube, der schimmelt wieder 96. Sie ist glorjahin. Er hat mich gehört Als ob der mir die Luke schenkt Ich hing mal wieder nicht ein einziges Mal und habe nicht mal die Chance zu springen Was haut er mich denn? Guckt euch die beiden Neas an Kann er hauen Wow Das war nix Ähm Ich glaube mit Dwight müssen wir nochmal ran Das hat so nicht funktioniert Schade Aber Wir sehen uns beim nächsten Mal gerne wieder wenn ihr Bock habt Vielleicht haben wir da mehr Glück Und nächste Woche ist ja sowieso neue Woche neues Glück Da spielen wir wieder einen weiblichen Charakter zur Naked Challenge Ähm Ja Aber ich wünsche euch noch einen tollen Tag Danke fürs Zuschauen wie immer Und bis zum nächsten Mal Macht's gut Bye bye Tschüss Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Vielen Dank.